Was ich auch ganz gerne mache, ist in so Apps zu gucken und da habe ich dieses Zahnumpor geschlagen bekommen. Da habe ich jetzt ein Profil erstellt. Wir machen jetzt Focus Full Body. Da kann man sich Coaches aussuchen. Hier Arne ist ein hübscher. Den nehmen wir jetzt. Hier, das ist Nam. Rebecca finde ich auch krass. Die hat eine Schulter. So, da habe ich jetzt ein paar Coaches eingestellt. Die können uns jetzt alle zeigen, wie das geht. Und Equipment. Wir nehmen einfach mal kein Equipment, das wir nutzen, sondern machen alles mit unserem Körper. Und jetzt generiert er uns ein Workout. Das 15 Minuten dauern soll, über zwei Runden geht und die Intervalle sind 40 Sekunden. Let's go!